hallo liebe lego freunde ich bin holger der austrian brick fan aus dem schönen kärnten in österreich und heute lego city set nummer 60 438 das segelboot 102 teile für 19,99 euro und es ist ein wirklich schwimmbares boot weil wir haben wieder dieses große formteil dieses rumpfteil unten drunter damit kommt da kein wasser rein und es kann tatsächlich schwimmen und wir haben dieses plastik segel hier was flexibel ist wir kennen das von ziemlich vielen anderen seiten ist ja nicht das erste segelboot von lego city und auch bei technik und so haben wir das schon oft gehabt lediglich bei creator ist es meistens nicht da ist dann das segel meistens irgendwie aus teilen gebaut schmeißen wir noch einen kurzen blick auf die rückseite der box und dann würde ich auch sagen dass uns anfangen so zwei minifiguren sind dabei und ein delphin viel spaß ein oder Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020